Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Freunde, ich habe mir ein neues Format für euch überlegt und zwar, wie sieht es eigentlich so bei diversen Produkten im Schniederbereich mit einem Langzeitfazit aus? Ein Video über eine Pfeife oder über ein Zubehör ist ja relativ fix abgedreht. Aber wie verhält sich das Ganze mit der Leistung oder mit der Qualität, die man bekommt für Preis X, denn auf lange Zeit gesehen? Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, bleibt bis nach dem Intro dran und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja Freunde, und als quasi Test für dieses Format habe ich mir mal ein kleines Produkt rausgesucht und zwar den Onmo HMD. Der Onmo HMD ist ein, wenn nicht sogar der beliebteste HMD, den ihr aktuell auf dem Shisha Markt bekommen könnt. Meinung spalten Sie natürlich, aber es ist ein sehr, sehr beliebter HMD, sagen wir es mal so. Ich habe mir dazu ein paar Punkte rausgeschrieben, die habe ich mir auch von der Onmo Seite rausgeschrieben. Ich habe das in quasi drei Kategorien unterteilt oder in zwei Hauptkategorien und zwar grundlegende Infos und ein Langzeitfazit. Diese Kategorien bzw. die erste Kategorie ist nochmal unterteilt in drei Unterkategorien und zwar Preis, Material und was das jeweilige Produkt so besonders macht. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal in die erste Kategorie rein und das sind die grundlegenden Infos. Ja Freunde, grundlegende Infos, wir fangen mal an mit dem Preis. Wir haben hier bei Onmo zwei verschiedene Varianten oder ich würde es nicht unbedingt Varianten nennen, eher zwei verschiedene Farben, die ihr euch auswählen könnt. Wir haben einmal die silberne Variante, die ihr für einen Preis von 24,90€ bekommt oder wir haben die schwarze Variante, die bekommt ihr für 29,90€. Preise sind von der Onmo Seite glaube ich direkt, kann immer variieren. In dem einen Shop kosten sie mal 24,99€ oder 29,99€, aber so um den Preis liegen sie alle. Materialtechnisch sind beide, werdet ihr denke ich wissen, aus Aluminium, aus jetzt auch einfachem Aluminium oder Aluminium halt. Weder schwarz ist aus Edelstahl noch das aus Edelstahl. Es soll vielleicht mal eine Edelstahl Variante kommen, habe ich mal irgendwo gehört, aber ob die noch kommt, weiß ich nicht. Diese zwei Varianten gibt es auf jeden Fall, Silber, Silber und Schwarz. Kommen wir zum nächsten Punkt, bei grundlegenden Infos und zwar zu den Besonderheiten. Diese habe ich mir direkt von der Onmo Seite geholt. Wie sagt man so schön? Angaben ohne Gewehr. Wir haben hier die Besonderheit, dass wir in den Onmo zwei Kohlenreihen bekommen. Speziell 27er Kohlen bekommt ihr zwei rein. Bei den kleineren Kohlen kriegt ihr denke ich auch drei rein. Kann ich euch jetzt nicht sagen, weil ich prinzipiell mit 27er Kohlen rauche. Die dritte Kohle legt ihr auf Kipp und da kommen wir auch schon zur nächsten Besonderheit des Onmos. Und zwar der doch schon dickere Rand, den ihr hier seht. Gucken wir uns das Ganze auch dann nochmal im Detail an. Die könnt ihr quasi dann die dritte Kohle auf Kipp legen. Der Rand soll quasi verhindern, dass sie euch runterfällt. Sie ist mir noch nie runtergefallen beim Onmo, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ihr so ein Sieb habt oder so ein Gitter habt, was ihr oben draufstellen könnt, geht ihr nochmal auf Nummer sicher, falls ihr die Kohle doch mal nicht ganz reinlegt und sie euch dann doch absegelt. Ja, was ist noch eine Besonderheit auf dem Boden? Haben wir diese Balken. Ich weiß, es ist nicht der sauberste. Wir haben hier diese Balken, die quasi dafür dienen, dass ihr das Ganze in jedem Setup brauchen könnt. Beziehungsweise ihr könnt den Onmo für jedes Setup verwenden. Sei es Abstandsetup, sei es Vollkontaktsetup oder wie Onmo noch das dritte Setup sagt, Balkenkontaktsetup, was für mich eigentlich schon in diese Vollkontaktrichtung geht. Und wir haben im Inneren diese Rauten, die natürlich verhindern sollen, dass euch die Kohle ausgeht am Boden. Dazu sind die da und dass da auch an die Kohle immer Luft kommt. Ja, Freunde, soviel zu den grundlegenden Infos, die, denke ich, aber auch allen bekannt sind. Ich würde sagen, wir wechseln nochmal fix rüber in die Detailkamera. Da will ich euch noch was zeigen und dann kommen wir schon zu meinem persönlichen Fazit. So, Freunde, wir haben jetzt hier drei Onmos liegen. Zweimal den silbernen und einmal den schwarzen Onmo. Das sind die beiden für 24,90 und für 29,90 der schwarze hier. Hier will ich euch bloß zeigen, dass es passieren kann, speziell bei den silbernen, dass die sich ein bisschen verfärben. Verfärben in Anführungsstrichen. Das ist quasi so der neueste, den ich da habe. Ich nehme den Onmo eigentlich jeden Tag. Und das ist ein älterer. Wenn ihr die reinigen wollt mit Wasser, gebe ich euch den Tipp, legt sie bloß bis zum Boden mit Wasser ein, dass quasi das hier unten bedeckt ist, dass ihr das schön sauber machen könnt. Wenn ihr den Fehler macht, wie ich, dass ihr das Ding komplett ins Wasser legt, logischerweise bei Aluminium, setzt das Wasser dem HMD ganz schön zu. Man sieht den farblichen Unterschied. Der untere ist ein Ticken heller und mittlerweile auch nicht mehr so schön. Aber der obere, man sieht auch die weißen Punkte, die weißen Wasserrückstände, nenne ich es jetzt mal, der hat schon ein bisschen gelitten. Das kann euch natürlich beim Schwarzen nicht so schnell passieren. Was euch hier aber allerdings passieren kann, ist, dass ihr die Unterseite abkratzt. Die Unterseite ist normalerweise auch schwarz gemacht, quasi wie der Onmo hier an sich. Und wenn ihr das Ganze mit einer Drahtbürste reinigt, wird es auf Dauer so sein, dass ihr die schwarze Farbe unten abkratzt. Wenn ihr den mit einer Drahtbürste auch an der Seite sauber macht, logischerweise kratzt ihr auch dort diese Farbe oder diese Beschichtung mit ab. Das kann natürlich passieren. Hier oben mache ich es eigentlich nie sauber. Ich mache es wirklich nur hier und sauber. Deswegen ist der auch hier unten schon Silber mittlerweile. Und das wollte ich euch bloß zeigen, dass ihr bei der Reinigung vielleicht ein bisschen aufpassen müsst, damit eure Onmos schöner aussehen als meine. Ja, Freunde, was gibt es sonst noch zum Onmo zu sagen? Wie ihr es gerade gesehen habt, nach einiger Zeit kann der ein bisschen matter werden. Aufgrund der Benutzung. Man muss auch hier sagen, es ist natürlich ein Gebrauchsobjekt. Und irgendwann wird er vielleicht auch mal dunkler. Das schmälert allerdings nicht das Raucherlebnis. Der kann sich so matt färben wie bei mir, muss er aber nicht, wenn er da bei der Reinigung ein bisschen aufpasst oder eher besser aufpasst als ich. Ebenfalls habe ich gerade schon gesagt, dass beim schwarzen Onmo die Farbe unten abgeht. Das ist auch bei einem anderen Alu-Hmd, der etwas teurer ist, genauso. Auch da bei der schwarzen Variante geht auch, wenn ihr das Ganze mit einer Drahtbürste macht, natürlich die Farbe irgendwann ab. Es nutzt sich ab und ihr reibt sie irgendwann ab. Ist jetzt auch nichts Wildes. Von unten seht ihr den sowieso nicht, wenn er raucht. Was gibt es noch zu sagen? Meiner Meinung nach bekommt ihr für den Preis von 24,90 bzw. 29,90 einen echt guten Hmd für verhältnismäßig kleines Geld, wenn man an den großen Konkurrenten denkt. Und bei richtiger Reinigung bleiben die auch sehr lange sehr schön oder behalten ihre Farbe, je nachdem, wie ihr das Ganze nennen wollt. Kommen wir mal zu einem Fazit bzw. zu einem Langzeitfazit vom Onmo Hmd. Ich habe euch jetzt ganz viele Infos um die Ohren gehauen, was quasi Material angeht, Preise usw. Und wie so meine Erfahrungen sind auf die lange Sicht. Ich habe mittlerweile fünf Onmos hier zu Hause und ich bereue von denen keinen Kauf. Für das Geld kriegt ihr hier einen einwandfreien Alu-Hmd. Ob er jetzt was für euch ist, müsst ihr selber entscheiden. Ich kann nur so wie sagen, er lässt sich super reinigen. Ihr habt ein super Raucherlebnis. Gerade für Anfänger finde ich einen Alu-Hmd immer sehr, sehr gut, weil der verzeiht euch auch mal, wenn er mit ein bisschen zu viel Hitze über einen längeren Zeitraum raucht, als wenn ihr einen Edelstahl-Hmd habt, der natürlich noch viel, viel mehr Hitze annimmt als ein Alu-Hmd. Deswegen der Onmo, auch aufs Langzeitfazit gesehen, kriegt hier eine Kaufempfehlung. Ich denke, viele von euch haben den schon zu Hause und ich glaube, es kann sich keiner beschweren. Ja, Freunde, dann soll es das von der Seite von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben, da lasst ein Abo unter dem Video da. Schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, ob dieses Format mit Langzeitfazit zum Thema Zubehör, wie zum Beispiel dem Onmo-Hmd oder zu Pfeifen, ob ihr das interessant findet, ob das was für euch wäre, was euch interessieren würde, damit bitte sehr gerne in die Kommentare. Dann würde ich das Format nämlich weiterführen und dann können wir vielleicht demnächst mal eine Pfeife machen, wie da so ein Langzeitfazit ist. Und ansonsten, Freunde, bedanke ich mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt und wie immer geht natürlich der letzte Zug auf euch. Wiederschauen und reingehauen.